Löwen-Fans, aufgepasst! Wir haben da was Löwen-Starkes für euch. Auf einen lustigen Ratsch inklusive Duell-Unterbrüdern mit unserer Nummer 1. Ein Experiment mit unserem Hamburger Jung, der jetzt beim geilsten Klub der Welt spielt. Dem Versuch von Marius Wilsch, dem Löwen-Zeugwart, seinen Job streitig zu machen. Und den Motivator Stefan Lex, der sich obendrein noch als wahres Kopfball-Ungeheuer entpuppt. Dann kriege ich ja einen Hexenschuss. All das seht ihr in unserem neuen Fan-Format, die Blue Box, präsentiert von die Bayerische.